So, meine Freunde, erstmal wunderschön, dass ihr da draußen wieder eingeschaltet habt zu einem erneuten Video hier auf diesem Kanal. Heute ist nicht nur Matchday, sondern auch das nächste Transfergerücht ist da. Und zwar Karim Koulibaly wird vielleicht jetzt nicht jedem unbedingt was sagen, ist aber tatsächlich von unserem Nordrivalen ein junges Talent. Nämlich vom Hamburger SV spielt derzeit bei Hamburgs U17. Und ja, wir werden jetzt gleich mal über den Guten sprechen. Karim Koulibaly, ihr könnt schon mal vorweg eure Meinung unten reinschreiben. Habt ihr schon mal was über ihn gehört? Fändet ihr diesen Transfer spannend? Gut, warum, ja, nein, etc. Lasst gerne schon mal einen Däumchen oben da. Und, meine Freunde, heute Abend geht's gegen den 1. FC Köln. Ich hab richtig Bock, es wird ein geiler Livestream. Ich habe einen Stadionsound gebastelt. Schauen wir mal, ob das so wird, wie ich es mir vorgestellt habe. Ihr werdet es heute Abend sehen beim Livestream. Das wird auf jeden Fall was. Heute ist die erste Probe. Danach kommen Verbesserungen. Und nächste Woche dann, ja, eben nochmal besser. Nee, nächste Woche bin ich im Stadion. Danach die Woche. So. Jetzt erstmal zu Karim Koulibaly. Ich weiß nicht, ob irgendwer von euch schon mal was von ihm gehört hat. Ich hab tatsächlich vorher noch gar nichts von ihm gehört. Kannte ihn nicht. Aber er ist ein 16-Jähriger, wird im Mai 17 Jahre alt. Der 23.05.2007. 2007er Jahrgang. Und die Deichstube hat darüber auch jetzt ein Artikel geschrieben. Transparengerüchte U-Werder heißt auf U17-Juwel vom Nordrivalen. Die beziehen sich allerdings da auf die Bild, die Kerninfo sozusagen oder die Kernquelle. Über wen reden wir hier aber eigentlich? Wie gesagt, Karim Koulibaly ist 16 Jahre alt. Ich hatte gerade eben gesehen, 1.85 groß. Find hier allerdings nicht wirklich viel über den Guten. Allgemein gibt es sehr wenig Einträge über ihn. Also das ist ganz, ganz schwer, ihn einzuschätzen. Mit 16 ist er aber auch noch nicht ausgewachsen. Also keine Ahnung. Er sieht auf jeden Fall relativ schmal und relativ groß aus, wenn ihr mich fragt. Bilder gibt es nämlich von ihm im HSV-Trikot. Er kann Sechser und Innenbeteiliger spielen. Er hat bei Hamburgs U17 zwölf Spiele gemacht, dabei drei Tore erzielt. Das ist natürlich auch sehr interessant, dass er da drei Tore erzielt hat. Jetzt wird der eine oder andere sagen, Nico, als Innenverteidiger drei Tore. Nein, das war er tatsächlich als Sechser. Er hat als Sechser im defensiven Mittelfeld drei Spiele gemacht und da auch drei Tore erzielt und neun Spiele eben als Innenverteidiger absolviert, dort ohne Tor geblieben. Er hat in der U17 Bundesliga Nord übrigens diese drei Tore erzielt, auch diese zwölf Spiele gemacht. Hat auch in der U19 Bundesliga Nord drei Spiele gemacht, da eine Vorlage gemacht und im DFB-Pokal der Junioren hat er ebenfalls ein Spiel vorzuweisen. Auch ist er junger Nationalspieler. Er spielt nämlich für Deutschlands U17-Nationalmannschaft, hat dort vier Einsätze gesammelt. Das hier ist so ein bisschen sein Profil oder ein Stück weit von seinem Profil, was man sich hier anschauen kann. Er war bei der 5-zu-2-Niederlage gegen Werder Bremen nicht im Kader. So, vielleicht, weil er ja im Herzen schon Werderaner ist. Man weiß es nicht. Ihr wisst, ein bisschen Stichchen muss ja sein. Größere Verletzungen sind nicht bekannt. Auch hier bei Transfermarkt.de steht hier noch nichts von größeren Verletzungen oder auch allgemein keine Einträge. Kann allerdings auch daran liegen, dass es einfach noch nicht viele Einträge zu ihm gibt. Wenn ich mir den Kern anschaue, wie gesagt, und ich habe mir so ein bisschen was über ihn jetzt durchgelesen, wirkt er als relativ schlagsicher, ganz großer, aber wie gesagt offiziell, ich habe hier jetzt nur was gelesen von 1,84, wirkt allerdings größer. Keine Ahnung, kann auch sein, dass diese Angabe eben falsch ist. Ja, Innenverteidiger beziehungsweise Sechser wäre spannend. Wäre dann eher so Kategorie Salifu, würde ich so ein bisschen sagen, wenn man das jetzt mit irgendwem vergleichen mag. Wobei auch da finde ich es schwierig, den zu vergleichen als 16-Jähriger. Würde er allerdings in unser Profil passen. Ja, na klar, junge Talente abzuwerben, das ist auf jeden Fall, beziehungsweise, das hört sich so doof an, junge Talente abzuwerben ist unsere Challenge. Aber tatsächlich suchen wir eben nach entwicklungsfähigen Spielern, nach jungen Talente, die einiges drauf haben. Und hier reden wir jetzt auch noch über einen Spieler, der ablösefrei wird. Sein Vertrag endet Ende des Jahres. Der HSV möchte gerne verlängern. Allerdings ist bis hierhin bekannt, oder bis hierhin noch nichts bekannt, was auf eine Verlängerung hindeuten würde. Was man allerdings sagen muss ist, es gibt ganz schön viel Konkurrenz. Also ganz schön viele andere Vereine, die auch an ihm interessiert sind. Was wiederum ein gutes Zeichen ist. Heiß begehrt ist immer was wert. Oh, das hat sich gereinnt. Heiß begehrt ist immer was wert. Ihr merkt schon, ich bin schon in Spieltagslaune, Freunde. Ich kann es kaum abwarten auf den Stream später. So ein Ding ist es nämlich. Ja, es ist also prinzipiell eigentlich eine gute Nachricht, wenn man das mal so sagen darf. Ja, der kann eben, hier steht auch nochmal, in der Innenverteidigung, und im defensiven Mittelfeld kann er einsetzbar werden. Ja, ich habe, wie gesagt, mal ein paar Infos versucht, noch über ihn rauszufinden. Dort habe ich eben, das meiste, was ich gefunden habe, ist, dass er körperlich sehr, sehr stabil sein soll. Auch wenn er relativ schlagsig wirkt, setzt er scheinbar seinen Körper gut ein. Und ist eben sowohl auf der Sechs- als auch in der IFA einsetzbar. Also allgemein wohl sehr variabel einsetzbar, auch auf beiden Innenverteidigerpositionen. Was tendenziell auch immer ganz gut ist. Jetzt gibt es aber, wie gesagt, ich habe ja gerade eben schon angesprochen, ein paar Interessenten. Nämlich Wolfsburg wird gezählt, Werder wird gezählt, Schalke wird gezählt, Union Berlin, TSG Hoffenheim, FC Sevilla, AC Florenz und Benfica Lissabon sowie der FC Toulouse. Es sind neun Klubs mit uns, die wohl interessiert an ihm sind. Prinzipiell ein gutes Zeichen. Aber auch schwieriger ihn zu bekommen, kann man auch so sagen. Da ist so ein bisschen Überredungskunst gefragt. Ich glaube, dass es vor allen Dingen auch damit zusammenhängt, wie wir vielleicht auch die Saison beenden werden. Wenn wir die Saison ganz gut beenden, haben wir vielleicht auch gute Chancen hier, das junge HSV-Talent zu überzeugen. Und wenn er vielleicht jetzt nicht so auf Nordrivalenstimmung ist, also dass er jetzt nicht irgendwie sagt, ja okay, zu Werder gehe ich allgemein nicht. Das kann natürlich auch immer rein theoretisch sein, also vom Grundprinzip her. Aber das wissen wir natürlich jetzt auch noch nicht, das muss man auch mal so sagen. Oder das ist jetzt auch sehr, sehr schwierig einzuschätzen. Wenn man sich sein Profil mal anguckt, wo er vorher gespielt hat, sehen wir, er ist in die HSV-Jugend 2017-18 gegangen von Barmbeck-U-Jugend. Was auch immer das ist, kenne ich nicht. Aber er ist zur HSV-Jugend eben gegangen, da hat die HSV-Jugend durchlaufen, in die U16 gewechselt, 22, 23, also letztes Jahr und dann eben in die U17. So, auch sein Geburtsort steht hier noch nicht. Also ich sage ja, einträge mäßig echt wenig zu finden. Prinzipiell finde ich das alles interessant, passt auch zu dem Weg, den wir gehen wollen, mit Talenten etc. Ich bin wieder so jemand jetzt mit Urvertrauen. Wenn Jans den Spieler gescoutet hat und sagt, das ist ein guter, habe ich auch Vertrauen und sage, das ist ein guter. Können wir vielleicht verpflichten, macht vielleicht Sinn. Wenn nicht, dann nicht. Keine Ahnung, ich kann mehr auch eigentlich gar nicht sagen. Ich finde es ein spannendes Talent, ob wir ihn holen werden oder nicht. Das sei mal dahingestellt, schauen wir mal. Jetzt heißt es auf jeden Fall für uns weiter Richtung Köln. Denn heute Abend spielen wir gegen den 1. FC Köln. Ihr wisst ja, ich wohne hier in Köln, Leverkusen. Das heißt, für mich ist das Spiel auch um die Ehre gegen Kumpels von mir. Und ja, da geht es natürlich dann heute auch nochmal um einiges. Wie gesagt, ich habe ein bisschen was an Hintergrundsound gearbeitet in den letzten Tagen und habe ein bisschen was zusammengeschnitten. Ich hoffe, euch gefällt das. Müsst ihr mal gucken. Ich habe ein Anfangsteil mit auch ein paar unterschiedlichen Sachen und dann so zwei. Ja, ihr werdet es dann sehen. Ihr werdet es dann sehen. Wie gesagt, alles aus Videos, die ich entweder selber damals geschickt bekommen habe oder selber im Stadion aufgenommen habe. Also wirklich Stadionsound aus dem Stadion eben, den ich aufgenommen habe. Ja, und auch außerhalb des Stadions, muss man auch nochmal sagen, auch außerhalb des Stadions. Genau, und das werdet ihr heute Abend dann hören. So, und jetzt könnt ihr mir eure Meinung unten reinschreiben. Lasst alle gerne nochmal einen Däumschach oben da. Lasst alle gerne nochmal ein Abo da, wenn ihr mögt. Ich bin jetzt erstmal raus. Euer Nico. Und ich sage mal, bis später. Ciao, ciao.